Willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar wie ihr schon hier groß stehen seht, hier schön und im Hintergrund, falls jemand blind ist, der sieht es natürlich nicht, SimCity 2013, oder auch 5, oder einfach auch nur SimCity wie hier oben steht, oder noch TM dazu, keine Ahnung was denn, ich schreibe einfach nur SimCity 2013. Und wir klicken natürlich auf Spielen, das soll ja losgehen, wählen sie eine Region, ne, das war falsch, Silicon Valley, Silikonenstadt, nein, okay, wir erstellen natürlich ein neues Spiel, und zwar gehen wir auf die Archibeln, weil Archibeln toll sind, da gibt es ganz viele tolle Gebiete wirklich, die nennen wir einfach jetzt mal, äh, äh, USB-Leo, LP, okay, private Region, kein Baukastenmodus, wenn sie vorher richtig machen, Hm, Stadt, ein bisschen Stadt neben mir, was sind die hier, wir müssen natürlich auch darauf achten, was die Stadt alles hat, das erkläre ich aber etwas später, im Verlauf des Spiels, wenn ich es anwende, hier sehen wir zum Beispiel, dass sie Kohle hat, und Erze, Rohröl, Kainz, Wasser und Wind, was hat die hier oben? Geht viel Kohle, und jetzt hier, ne, ne, ich nehm die hier oben, beansprochen, so, es gehört uns die Stadt da oben, aber wer natürlich denkt, dass ich das hier so ganz langweilig alleine mache, dann liegt der dann nicht gefallen, genau, denn heute ist noch der Jonas dabei, nicht nur heute, sondern die ganze Zeit über, Ja, 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 Einladung verschickt, so, komm bitte mal her, ich bin mit dir zusammen, äh, äh, hat sich in dieser Region öfter ein bisschen Stärchen, Du musst unten auf Citylog, gell, hast du schon vergessen, hast du vergessen, ah, hier, LP, ja, genau, weil alleine ist doch langweilig, hier, kein Kind verloren, schlechter Zug Gangster, hier, er ist richtig hammer, Ey, du musst mich beanspruchen, okay, Wildstadt ist ne gut, hm, weil alleine ist langweilig, und wir sind ja nicht langweilig, da machen wir zusammen, ich fang schon mal gleich an, Okay, wo soll ich reingehen? Äh, mir egal, du kannst wieder die Stadt nehmen, wie letztes Mal, in unserer normalen Welt, weil wir haben schon ein bisschen, Das heißt ja, wieder, wir zocken uns ganz klein, ne, machen wir nicht, ne, ne, weil dann können wir wieder das Großprojekt zwischen uns machen, weil wir haben schon ein bisschen angefangen zu zocken, Okay, hier ist viel Kohle, da hat er nämlich letztes Mal, äh, da hinten gebaut, Öl, das ist kein Öl, hast du viel Öl? Ich hab Öl. Okay, da kannst du mir ein bisschen was verkaufen, ne, ich hab Kohle, ich Öl, ja, Kohle hab ich auch, ich hab kein, ich hab kein Öl, ich hab nur ein bisschen Ärzter, Ich beanspruche jetzt jedenfalls mal, spielen! Nimmst du wieder die vom letzten Mal? Ja, Shuchong. Shuchong, okay, ich hab wieder Öl. Und die wird dann wieder, ältere ich den Namen nennen, also, ich mach das nachher. So, erste Mission. Okay, guck mal, benennen wir jetzt, ich bin den Mann jetzt, ältere ich schon mal um. Okay, ich hab die erste Mission schon hier oben, ziehen Sie eine Straße zur Autobahn, ja, weil wir müssen nämlich erstmal überhaupt anschließen. Stadtnamen, so. Okay, jetzt soll ich meine Stadt nennen. City or Jokso, oder, oder, oder Joksenburg. Joksenburg, die sind einfach Porn-City. Nein, nein, dann, also, nein, Sternchen, 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 Sternchen. So, jetzt hab ich die Stadt angeschlossen, jetzt könnten wir die Stadt. Ich lenne sie Jok... Jokse... Oh, Jokse... Wo ist Wasser, 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 Wasserkarte. Egal, ich brauch ich nicht. Joksen... Nee, Wasserkarte, ja auch keine Wasserkarte, endlich. Joksenburg. Da ist die Wasserkarte. Äh, hier hinten ist Wasser, dann brach ich da mal einen Feldweg hin. Joksenburg, okay, nee. Das... Er hört sich jetzt nicht an, Joksenburg. Das ist nicht an, Joksenburg. Das ist nicht an, Joksenburg. Das ist nicht an, Joksenburg. Ich mach gleich mal zwei, nee, nicht zwei, doch, ich mach mal zwei. Ne, ich mach mal nicht zwei. Ich will nicht wieder pleite sein, letztes Mal. Ich bin zur Autobahn. Ich bin mir nicht sicher. Straßenbahn, äh, brauchen wir Straßenbahn? Ja, kann ich ja machen. Ich brauch mal Windkraftwerk. Kostet aber 10 mehr. Hallo? 10. Auf der Straße, Überlagerung. Wollen wir halt jetzt mal hin? Nee, war so geht der Wind. Ist okay. Erstmal hier hin. Okay, jetzt ist es, glaub ich, ein bisschen... Oh, war teuer. Abwasser brauchen wir noch nicht, das ist noch kein Problem. Okay, hier mach ich. Mehr Wohngebiete. Hier am Wohngebiet hochziehen, wenn ich ein paar Leute anziehe. Alles an, wenn wir uns später machen. Ich bau die Stadt genauso wie ich vorhin auch. Wie letztes Jahr. Doch, ich bau die grad gerade. Also, also meine ist ja hässlich. Also ich bau die, ich bau die grad wirklich genau gleich. Bürgermeister in Spendierlaune. Nee, niemals. Ja, doch, weil du so viel auf einmal ausgegeben hast. Oh. Drohende Finanzprobleme. Wer? Bei mir. Ich bin pleite. Wie viel Geld hast du? Äh, nur noch zu 216. Ja, ich hab 2000. Ja, geil. Äh, was ist... Also, er machten... Am meisten Geld. Erwohngebiete, oder? Ja, ich hab gemerkt. Eigentlich hab ich auch alles. Ich hab genug Geld. Komm, ich hab damit nicht gekriegt. Abwasser. Die wollen Abwasser. Die wollen Abwasser. Ich hab nur 216. Ich kann denen Abwasser geben. Und hier muss ich jetzt auch mal warten, bis hier irgendwas gedeiht. Ah, nee. Wo kommen Leute? Ich will Leute. Bei mir kommen keine Leute an. Warum? Warum kommen bei mir keine Leute? Ja, mir auch keine. Lol. Ich hab ja so... Boah, so geil. Aber das sind bei mir Leute. Leute, bei mir sind Leute gekommen, aber aber kein einziger Auto. Mh, boah, mir ist irgendwie kalt, ey. Boah. Ich mach mal auf... Wie ist das ein Tempo? Damat Tempo. Man muss sehen, wie schön die Textur, die ist ein Gras in der Straße. Boah, hier. Das Autobahn schon nicht so. Gras. HD-Qualität, alter, wie geil. HD-Qualität. Boah, nice. Oh, okay. Weißen Sie Wohngebiete aus 4.0. Weitere Häuser. Meine Stadt ist pleite. Oh, meine Hose rutscht. Meine Stadt ist pleite. Jetzt schon? Ja, ganz. Diese Stadt ist pleite. Hier sind ihre Optionen. Da kann ich dir Geld schenken und nicht so... Nee, warte, warte, das ist mir noch nie passiert. Ihre Stadt kann keine Fortschritte machen, bis das Problem nicht beobenen ist. Temposteuerung wurde deaktiviert. Ach, scheiße. Okay, das ist hart, weißt du das? Jetzt ist krank. Boah, Temposteuerung. Oh, wow. Es schmangelt an Wasser. Es schmangelt an. Ja, ich würde gerne mal... Verbindung zur Autobahn. So, das habe ich mal kurz hier. 3500. Habe ich aber noch nicht. Ich habe noch ein bisschen andere Musik an. Andr. Legen Sie eine Gebäudestill? Habe ich doch. Ja. Okay, okay, was soll ich jetzt denn für Lied? Jetzt trägst du. Das Ding, die einige Gebäude stellen. Ja, so. Jetzt mache ich wieder Geld. Alter, ist das krank. Okay, jetzt weiß ich das nicht. Ich mache 9 pro Stunde. Das ist mir noch nie passiert. Ey, ich kann eben jetzt ein bisschen... Also gute... Allizenzfreie Musik. Also wenn du... Das ist ein Let's Play, wir wollen keine... Okay, doch, wir wollen lizenzfreie Musik. Ja, willst du haben? Nee, ja, kannst du nachher machen. Ich habe die SimCity Musik ja gerade dran. SimCity. Äh, hast du die Errechte zum Spiel eigentlich? Ja, eigentlich schon. Müsste ich haben. Was von? Das hast du... IA gefragt. Müsste ich haben. Müsste ich haben. Da hast du auch keine Errechte zur Musik. Ich finde, der Winkkraft... Was? Was sagt der? Ich finde, dass der Winkkraft im Berg steht der Stadt gut zu Gesicht. Und der hier, anstatt ohne Strom, wie soll ich jetzt lesen? Gut. Atomkraftwerk. Uh, das mache ich da im Wohnengebiet. Das ist eigentlich ganz so schlimm. Das macht keine Luftverschmutzung. Zum Teil. Außerhalb von Gewerbegebieten. Ja, ich weiß. Ist das fucking awesome? Ich brauche Gewerbegebiete. Ich weiß, aber ich habe kein Geld dafür. Oh, das ist schon die erste Mission. Hä, Bürgermeister. Möchten Sie ein Gemeindehaus? Es gibt uns unter anderem Zugang zum Brandschutz, zur Müllentwicklung, zur Gesundheit, Verbombung und zur Polizei und Kräften. Okay, mache ich. Warum kriege ich kein Ding? So, warum mache ich jetzt nicht mehr? Möchten Sie Maxisman? Nein. Ich habe mal... Das ist auch genau... Genau. Kann ich dir gleich sagen. Ich habe leider kein einziges Deal. C, weil ich habe den Fehler gemacht. Ich habe bei Origin geguckt. Da standen nur Limited Edition und Deluxe Edition. Ich habe Limited ausgewählt. Das habe ich bekommen, die ganz normale. Das ist das beste was. Ja, Jonas hat die Limited Edition sich im Laden gekauft. Also hat er auch die Limited Edition. Nein, ich habe nicht im Laden gekauft. Auf Amazon. Ja, Amazon ist auch ein Laden. Ist mir egal. Ist noch kein Laden. Ist ein Versandhaus. Ja. Toll. Alter, ich bin... Ich bin... Ich bin... Vielleicht werfen. Ich baue es noch nicht hin. Ich muss noch warten auf meine Straße. Oh, ich brauche einen Wasser-Turm. Wasser-Turm. Einen Wasser-Turm. Nee. Ja. Klar, brauche. Einen Wasser-Turm. Epic. Komm, gib mir Geld. Geld, 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 Geld. Das ist so das Problem am Anfang. Ich habe in meiner anderen Stadt, habe ich 40.000 pro Stunde oder so oder 20.000, keine Ahnung. Ist ja kein großer Unterschied. Und hier 612. Schön. Komm. Geld. Geld. Ja, ich habe Geld. Du bist schon hier. Zu wenig Geld. Okay. Let's die Musik aus. Weg damit. Abreisen. Was ist das für ein Haus? Wir haben keine Häuser in Hallor. Das ist das Gewerbegebiet. Ich bin zur Hölle. Das Gewerbegebiet kann ich mir keine Häuser. So. So, hier schon rum. Dann kann ich hinten wieder abreißen. So, dann kann ich hier so ein Gebiet hier bepflanzen. So. Das beschweren sich hoffentlich die Leute nicht. Hier oben mache ich Industrien. Siehst du jetzt nicht irgendwas, aber die Leute sehen es, weil der Wind weht von links nach rechts raus. Was, Leute, das sehnt aber ich nicht. Ja, ja, du nicht. Also, wenn ich oben Industrie hersetze, puste ich die ganzen Dreckstoffe zu dir rüber. Ergibt das? Nein, natürlich geht das. Ja, nicht. Doch, das bläst alles. Es geht alles zu dir rüber. Ja, aber dann habe ich halt keine Verschmutzung. Weil wenn ich oben an den Rand das mache, die in das Industriegebiet setze und der Wind richtig weht, dann bläst er alles in deine Stadt rein. Haha, du hast bläst gesagt. Er bläst. Ich habe kein Zahn.